LinkedIn hat sich in den letzten Monaten drastisch verändert und das letzte Algorithmus-Update hat dafür gesorgt, dass ganz viele Gründer kaum noch Reichweite mit ihrem Content erzielen und auch keine Leads mehr über die Plattform bekommen. Was tun? Wir haben in den letzten Monaten an einem neuen Lead-Prozess gearbeitet und den immer weiter perfektioniert. Und in dieser neuen Folge will ich dir zeigen, wie der ganz genau funktioniert und vor allem, was du dafür brauchst. Und zum ersten Mal zeige ich dir, wie wir diesen Prozess aufgebaut haben und in wenigen Schritten erfolgreich umgesetzt haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es gibt die ersten Leute, die auch von LinkedIn sozusagen abwandern und sich nicht damit mehr beschäftigen. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Fehler, den man jetzt machen kann. Weil wenn etwas immer ein bisschen schwieriger wird, ist eigentlich das Beste, was man machen kann, unbedingt dran zu bleiben, aber die Strategie zu wechseln. Und deshalb will ich dir zeigen, welche Strategie du unbedingt tun solltest, weil ich habe lange darüber nachgedacht, wie kann man sozusagen die Verhandlungsposition ein bisschen verbessern und wie schafft man es, dass wirklich Interessenten auf dich zukommen. Und daraus ist die Idee entstanden, was wäre, wenn mehr potenzielle Kunden auf uns zukommen, weil wir etwas haben, was sie unbedingt haben wollen. Da drehten sich meine Gedanken drum, wie kann man wirklich etwas anbieten, was meine Zielgruppe unbedingt haben will und vor allem auch die richtige Zielgruppe haben will. Und das hört sich wahrscheinlich für dich auch relativ gut an und da landet man bei Lead Magnets. Und ich glaube, jeder hat schon mal darüber nachgedacht, einen Lead Magnet rauszubringen. Immer wenn ich darüber frage und mit Leuten, auch mit Gründern spreche, haben entweder Leute etwas rausgebracht, einen Lead Magnet, wo einfach gar nichts passiert ist. Also das ist völlig normal, dass sich kaum jemand meldet. Dann haben ein paar davon das wirklich gelauncht. Da haben sich eine Handvoll von Leuten gemeldet, aber es ist nie irgendwie groß, was passiert. Und dann gibt es halt viele Leute, die noch darüber nachdenken, wie man sowas launchen kann. Wenn man es richtig macht, und das werde ich dir heute zeigen, wie du wirklich einen Lead Magnet bauen kannst, den deine Zielgruppe unbedingt haben will. Und ich zeige dir ein paar verrückte Ergebnisse, die wir damit hinbekommen haben. Bietet es die Möglichkeit, erstmal deiner Zielgruppe zu helfen. Es ist eine erste Arbeitsprobe. Das bedeutet, die Leute können sehen, wie gut du bist, wenn du einen guten Job machst. Und am Ende ist es eine coole Möglichkeit, darin natürlich auch zu pitchen und den nächsten Schritt zu erklären, wenn du einen guten Job machst. Und es ist so die einfachste Möglichkeit, jemandem so ein Ding in die Hand zu drücken und zu sagen, hier viel Spaß damit. Und jemanden aufzuwärmen, dass er danach sagt, nach dem Dokument, ey, das hat mir schon extrem geholfen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie eine Zusammenarbeit mit dir dann am Ende aussieht. Und eine Sache, die für mich immer ganz interessant ist bei diesem Thema ist, dass sich deine Zielgruppe auch identifiziert, sozusagen selbst identifiziert. Das bedeutet, du gibst diesen, in unserem Fall zum Beispiel, die Algorithmus-Checkliste raus. Und jeder, der sich das runterlädt, outet sich ja, dass er sich für Content interessiert und dass er sich für Reichweite interessiert. Das bedeutet, ich kriege natürlich genau die Leute raus, die gerade daran knobeln, wie sie mehr Reichweite mit ihrem Content erzielen. Und das ist natürlich auch ein perfekter Aufhänger, um mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Also das bedeutet, das war auch ein Problem, was man bei Social Selling hatte, dass halt du hunderttausende, ein bisschen viel, tausende Kontakte hast an LinkedIn, aber halt nicht wusstest, wer ist überhaupt an deinem Thema gerade interessiert und wer nicht. Und dass du das mit dem Lead Magnet perfekt rausgekitzelt bekommst, ist natürlich eine der großen Vorteile, dass man damit die Leute rauslockt, die sich gerade mit deinem Thema beschäftigen. Jetzt natürlich die Frage, wie baut man so einen Lead Magnet, bestenfalls auch in wenigen Stunden, der konvertiert. Und das ist so die Prämisse. Ich will nicht, dass du jetzt wochenlang verschwindest und nur an diesem Lead Magnet baust und dann irgendwie mit dem E-Book 100 Seiten wiederkommst, sondern wie kann man das schlank machen. Erster Schritt ist, und das ist aus meiner Sicht der absolut wichtigste Schritt, sind Ideen erstmal zu sammeln und auch genug Ideen zu sammeln und dann in Titeln zu denken. Weil eine Sache habe ich gelernt, dass der Titel vom Lead Magnet 80% des Erfolgs ausmacht. Das bedeutet, jetzt geht es wirklich erstmal darum, Ideen zu brainstormen und vor allem auch zu überlegen, was ist für deine Zielgruppe interessant. Was ich zum Beispiel im Hinterkopf gerade habe, ist, dass unsere Algorithmus-Checkliste perfekt war, als wir noch mehr auf Content nur sozusagen gemacht haben, wo wir auch Social Selling gemacht haben. Wir haben uns mittlerweile weiterentwickelt und heute mit Gründern zusammenarbeiten, die alle mittlerweile schon ein Team haben, meistens 3, 5, 10, teilweise 50 Mitarbeiter haben. Und dafür ist unser Lead Magnet heute die Algorithmus-Checkliste eigentlich noch zu breit. Und ich arbeite jetzt hinter den Kulissen gerade da dran an den Lead Magnet, der sich wirklich nur an Gründer mit einem Team richtet und die auch LinkedIn machen wollen und LinkedIn als Lead Kanal aufbauen wollen. Das bedeutet, auch da muss man einfach mal Ideen brainstormen. Man kann Google dafür nutzen, YouTube dafür nutzen, ChatGBT kann man auch anschweißen. Ich bin immer wieder überrascht, was da auch für gute Ideen bei rauskommen. Sobald man vier richtig gute Ideen hat und aus meiner Sicht sollten es auch sehr unterschiedliche sein. Du siehst es hier rechts auf dem Bild, ich hatte damals die Algorithmus-Checkliste, ich hatte einen direkten Nachrichten-Leitfaden, ich hatte einen Content-Plan für Leads und ich hatte die LinkedIn-Profil-Checkliste. Es waren wirklich vier Lead Magnets, wo ich bereit war, die zu bauen und ich einfach rausfinden wollte, welche auch am attraktivsten ist. Dann kann man diese Umfrage machen, bestenfalls sammelst du über 50 Stunden Stimmen ein. Das ist so der beste Markttest, den man machen kann, was die Zielgruppe haben will. Und jetzt kommt das Verrückte, dass ich hätte gesagt, dass die Profil-Checkliste gewinnt. Ich hatte das Gefühl, die Leute zirkeln alle um ihren Profil herum und wenn man ihnen da eine geile Profil-Checkliste baut, dann stehen sie auf der Matte. Und das ist auch der größte Fehler, den die Leute machen, wenn sie ein Lead Magnet bauen, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören. Das bedeutet, ich hätte jetzt die Profil-Checkliste gebaut und kein Mensch hätte sich dafür interessiert. Also wirklich 7%, dann hätte ich wahrscheinlich drei Leute gehabt, die mir geschrieben hätten, Robert, wo kriege ich denn diese Profil-Checkliste und ich werde so Lead Magnets funktionieren nicht. Aber da wurde mir auch klar, das Thema funktioniert einfach nicht. Und das ist halt eine coole Möglichkeit, die man jetzt mit LinkedIn-Umfragen hat, wenn man weiß, wie man diese Umfrage gestaltet. Dass man dann innerhalb von einem Tag rausfinden kann, was will deine Zielgruppe eigentlich. Und natürlich muss man sich auch angucken, wer da abgestimmt hat. Wenn deine Nicht-Zielgruppe irgendwie für das Falsche abstimmt, dann solltest du das natürlich nicht bauen. Aber auch da kriegst du coole Leute rausgelockt. Auch so eine Umfrage kann eine coole Möglichkeit sein, um darüber direkt Gespräche zu vereinbaren. Aber das steht nochmal auf einer anderen Seite. Sobald du den Titel hast, geht es dann in Part 2 und jetzt geht es natürlich um den Content. Und da ist natürlich auch die Frage, wie baut man den jetzt so auf, dass man die Leute begeistert. Weil erste Arbeitsprobe, wie gesagt, da will man nicht ChatGBT anschmeißen und ich glaube, das ist auch das Intro. Ich weiß, dass jetzt jedem in den Fingern juckt, ChatGBT anzuschmeißen und den Lead Magnet damit zu erstellen. Guess what? Deine Zielgruppe ist nicht blöd. Also jeder halbwegs schlaue Mensch erkennt, ob Arbeit in dein Lead Magnet reingeflossen ist oder nicht. Und das muss man wirklich realisieren. Ich glaube, wir sind alle so vernarrt, irgendwelche Sachen zu automatisieren und immer schlanker zu machen, einfacher zu machen. Und neueste ChatGBT Prompts zu finden, dass man irgendwann sozusagen die Zielgruppe aus den Augen verlässt und nicht mehr davon ausgeht, dass sie so schlau sind wie man selbst. Und ich habe mir halt selbst gesagt, alle Dokumente, die ich erstelle und so und auch Videos, die ich erstelle, mache ich für mich selbst. Und ich würde natürlich in Millisekunden verstehen, ob da jemand Arbeit reingesteckt hat oder nicht. Und deshalb solltest du dir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ich würde immer mit einer Gliederung starten, dass man sich erstmal überlegt, wie baut man dieses Dokument auf und dann kann man die ersten Inhalte machen. Und was ganz, ganz wichtig ist und das, was wir über die Jahre auch gelernt haben, da müssen neue Sachen drin sein. Es darf nicht sein, was jeder schon mal gehört hat und bestenfalls auch nicht zu generisch. Also da sollten schon Tipps und Tricks auch drin sein in diesem Lead Magnet oder in diesem Tool, was die Leute halt noch nicht gehört haben. Das ist ganz wichtig, weil du willst natürlich nicht, dass die Leute reingucken und sagen, hey, das habe ich schon tausendmal gehört. Gähn. Oder, keine Ahnung wie, es sieht aus wie von ChatGBT erstellt. Und was ich empfehlen kann, was sich für uns bewährt hat und auch für unsere Kundinnen und Kunden ist, dass wir immer erstmal einen Prototypen bauen. Und bei unserer Algorithmus-Checkliste waren das wirklich so vier DIN A4 Seiten, die erste Version. Ich weiß, es war kein Meisterwerk, aber es hat gereicht, um zu testen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich wollte, wie gesagt, mich nicht erstmal Wochen einschließen, damit ich damit launchen kann. Und als wir dann die ersten 100 Downloads drin hatten, dann habe ich gesagt, hey, ich mache mal eine Version 2.0. Ich nehme mir mal wirklich ein paar Stunden Zeit und dann ist wirklich so eine Slideshow sozusagen entstanden, wo alle Tipps und Tricks, Algorithmus-Checkliste drin sind. Aber ich würde es in diesen zwei Phasen machen. Ich würde auch wirklich mit 100 Downloads mal arbeiten und dann nicht an Version 2.0 sein. Aber der Prototyp sollte natürlich nicht, also dieses MVP sollte natürlich nicht unterwältigend sein. Also da sollte auch schon ein bisschen Grips reingeflossen sein. Jetzt kommt Part 3, weil wenn du den Leuten einfach nur so Content rüberschmeißt, ist es natürlich eine Sache. Da können die weltbesten Tipps drinstehen, da können wirklich drinstehen, keine Ahnung, wie du unsterblich geworden bist. Aber wenn du es nicht auflädst, dann bringt es alles nichts. Und das ist der Grund, warum wir auch in den Lead Magnets immer einen Hook, also eine Einleitung bauen, was wirklich die Leute dazu verlockt ist, am Ende auch zu lesen. Und natürlich einen Pitch, weil du natürlich auch den Leuten klar machen willst, was ist so der nächste Schritt. Da muss gar kein Angebot oder so drin sein, aber den Leuten muss ja klar sein, was soll ich jetzt als nächstes tun, wenn das richtig gut war. Was man beim Hook am Anfang sozusagen reinpacken kann, sind so Sachen, wie ist der Lead Magnet eigentlich entstanden, wie viel Arbeit ist reingeflossen, wie lange hast du daran gearbeitet, ohne natürlich zu übertreiben. Manche Leute machen dann absolute wilde Zahlen, was ich schon alles gesehen habe, dass die Leute irgendwie sagen, dass sie 60 bis 100 Stunden an so einem Lead Magnet irgendwie gearbeitet haben. Dann guckst du rein und dann sind das 10 Seiten in Word und du denkst so, Bro, ja, glaub nicht, dass da 60 Stunden reingeflossen sind. Dann vielleicht auch Erfahrung, wie lange man Dinge macht, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, auch bei uns reingeschrieben, dass wir seit über 5 Jahren LinkedIn-Content machen, über 500 LinkedIn-Posts ausgewertet haben. Und dadurch lade ich natürlich das auf, was da drin steht, weil es natürlich auch Kredibilität gibt, als wenn jemand, keine Ahnung, seinen dritten LinkedIn-Post gemacht hat und eine Algorithmus-Checkliste rausgibt, bist so, was willst du mir denn jetzt erzählen, ne? Was waren die Ergebnisse nach der Umsetzung? Ja, das ist natürlich auch ein Schlüssel. Was hat es den Leuten gebracht, wenn sie die Tipps umgesetzt haben? Und bestenfalls natürlich auch, welche Case Studies sozusagen du gemacht hast. Und erst, wenn du die Inhalte auflest auf einer Handvoll von Folien, nehmen die Leute auch dein Content erst so richtig ernst. Und deshalb ist das immens wichtig. Und du siehst hier, ich habe hier eine Handvoll von Folien. Was ist 9, 12 Folien sozusagen mit dem Intro, wo ich zeige, wie ist das Ding entstanden, was sind die Ergebnisse, wie hat es auch für anderen Kunden funktioniert und dann der Pitch sozusagen ist der nächste Schritt. Und hier zum Beispiel erkläre ich, wie die Social Leads Academy der nächste Schritt ist, weil Reichweite sozusagen ist cool mit der Algorithmus-Checkliste, aber Reichweite ist auch nicht alles, wenn du nicht die richtige Content-Strategie hast. Und sag halt, nächster Schritt sichert ihr unsere Social Leads Academy perfekt. Jetzt kommt Design und Layout. Simples Intro. Wie heißt es so schön? Das Auge ist mit. Und so ist es natürlich bei dem Lead Magnet auch. Denkt dran, es ist eine Arbeitsprobe. Und wenn das wirklich aussieht wie Aal, dann kannst du dir vorstellen, was die Leute erwarten, wie die Zusammenarbeit mit dir aussieht. Daher lohnt es sich, eine Vorlage in Canva zu nutzen oder ein paar Euros für professionelles Design auszugeben. Denn selbst bei den besten Inhalten macht die Verpackung immer einen großen Unterschied. Brauche ich dir nicht erzählen. Das ist der Grund, warum ich auch wirklich ein bisschen Zeit dann reingesteckt habe. Du siehst, das ist nichts Verrücktes, was ich hier gebaut habe, aber schon relativ viele Bilder auch genutzt. Irgendwie ganz gute CI genutzt. That's it. Mehr braucht man da irgendwie nicht tun. Und jetzt kommt der letzte Part. Und das ist halt das Coole, dass man das Ding dann launchen kann. Und weil man die Umfrage gemacht hat, weiß man natürlich auch, dass das Ding funktionieren wird. Jetzt muss man natürlich noch ein bisschen lernen, wie Promotion-Content funktioniert. Denn ganz wichtig ist, der beste Lead Magnet bringt dir nichts, wenn du nicht darüber sprichst. Und Leads über organischen LinkedIn-Content einzusammeln ist eine Kunst. Weil du musst halt diesen schmalen Grat hinbekommen, dass die Leute deinen Post liken. Dass dein Lead Magnet richtig gut ist und dass es halt eine Story sozusagen ist, wo schon klar wird, du pitchst halt etwas. Das ist nichts. Also es ist immer noch was Kostenloses und was richtig Cooles. Aber trotzdem haben wir ziemlich viele Monate gebraucht, um Promotion-Content sozusagen zu knacken und auch die Formel dahinter zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, viele Leute schaffen das nicht, das sozusagen so auf den Punkt zu bringen, damit das auch richtig knallt. Dann haben wir E-Mail-Promotion gemacht. Und das ist halt das Coole, sobald man diesen Lead Magnet hat, dass man halt nicht nur auf LinkedIn beschränkt ist, sondern wenn man eine E-Mail-Liste hat, kann man natürlich da auch ordentlich Gas geben. Und ich muss auch sagen, über die E-Mail-Liste sind am Ende dann auch am meisten Termine entstanden, weil einfach da auch am meisten Vertrauen da war. Und als wir richtig Lust hatten und das richtig gut ausgesehen hat, weil so viele Leute diese Algorithmus-Checkliste haben wollten, haben wir natürlich auch angefangen, Apps zu schalten da drauf. Wir haben einen kleinen Funnel gebaut, unseren Frontend-Funnel gebaut, wo die Leute das runterladen konnten. Und dann haben wir das auf Facebook, auf Instagram und auf LinkedIn geschaltet und deutlich unter 10 Euro bezahlt. Ich zeige dir gleich ein paar Ergebnisse. Und alles in diesem Funnel sozusagen gelotst. Und du siehst es hier, unser neues Sales-Funnel für nicht nur LinkedIn, sondern wirklich als Gründer, egal ob als Agentur, als Softwareunternehmen oder auch als Startup ist er, dass wir wirklich mit einem starken Lead Magnet rausgehen, den wir genau nach diesem Prozess, den ich dir heute gesagt habe, baue. Und dann machen wir auf der zweiten Seite einen Pitch direkt auf das Beratungsgespräch. Da muss man natürlich ganz genau wissen, was man in dem Video sagen muss. Und das Ding bringt uns Termine. Funktioniert völlig unabhängig von LinkedIn. Kann man wirklich über alle Kanäle, die man hat, promoten. Und gerade wenn man dann erstes Ads-Budget hat, ist das einer der geilsten Funnels, die man irgendwie bauen kann und uns auch am meisten Termine bringt. Was passiert nach der Umsetzung? Zum einen hast du erstmal ein Lead Magnet, auf den du stolz bist. Absolute Prämisse, dass du das wirklich darauf stolz bist, weil das immer so die erste Indikation ist, dass man wirklich Bock hat, dieses Ding auch zu teilen. Also du musst wirklich das Ding in den Händen halten und sagen, ey, ich will jetzt möglichst vielen Leuten das in die Hände drücken. Und vor allem ist auch ein guter Test sozusagen, dass der Lead Magnet du deinen Kunden in die Hand drücken willst. Weil was tatsächlich war auch der Auslöser bei der Algorithmus-Checkliste, dass ich immer wieder Kunden von uns beobachtet habe, die guten Content machen, aber immer wieder an so kleinen handwerklichen Fehlern gescheitert sind, wie dass sie zum Beispiel Links in die Posts gepackt haben. Und deshalb habe ich dieses Dokument zusammengestellt, habe denen das als erstes geschickt und war so, hier, guckt euch das an, arbeitet das durch und macht nicht mehr diese Fehler. Und dann habe ich es halt an Interessenten rausgegeben. Und das ist ein erster guter Beweis, dass man einen guten Job macht. Dann hat es halt in diesem Promotion-Content ordentlich gescheppert, weil wir immer wieder mehr verstanden haben, wie man das richtig promotet. Und du siehst hier teilweise 23.000 Ansichten ganz rechts, in der Mitte auch 15.000 Ansichten. Und die Leute haben wie wild kommentiert, dass sie das Ding haben wollten, was cool zu sehen war. Und das hat wirklich in Q4 im letzten Jahr, wo wir das Ding extrem gepusht haben, zu über 1.100 Downloads geführt. Und das ist wirklich zum 80% auch ohne Werbebudget. Und das hat zu 80 Inbound-Terminen geführt. Ich glaube, über 12 Kunden, hochpreisige B2B-Kunden sind daraus entstanden. Und ich dachte mir so, crazy shit, geiler Funnel, der Spaß macht, weil du gibst vorne sozusagen ein unverfänglich geiles Dokument, was deine CQB haben will. Leute buchen sich Termine und die richtigen Leute starten dann in der Zusammenarbeit mit dir. Das ist hier aus meiner Sicht einer der geilsten Funnel, die man im Moment bauen kann. Dann haben wir natürlich in Ads reingeschmissen, sowohl LinkedIn-Ads als auch Facebook und Instagram-Ads. Du siehst hier, wir haben hier unter 6 Euro bezahlt, was schon ziemlich verrückt ist. Das hat aber auch nur funktioniert, weil, wie gesagt, der Titel so gut war von dieser Algorithmus-Checkliste. Also das bedeutet, diesen Prozess, den du heute hier gesehen hast, auch mit der Umfrage, ist so immens wichtig, damit auch am Ende die Ads so gut funktionieren. Und dadurch haben wir wirklich in den letzten 12 Monaten, war es einer der großen Funnels, der zu den über 500 Anfragen in den letzten 12 Monaten geführt hat. Gerade in den letzten 6 Monaten haben wir einen Großteil der Anfragen genau darüber bekommen. Und das Coole daran ist, dass du halt, wenn du dich an diese 5 Schritte hältst, die ich dir gezeigt habe, wirklich nicht wochenlang verschwinden musst, sondern mit 3-5 Stunden zumindest ein MVP, also einen Prototypen, bauen kannst und that's it. Die Frage, die dann sozusagen immer noch auftaucht ist, funktioniert das auch in anderen Branchen? Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht von zum Beispiel Jan Philipp. Coole Case Study gerade gebaut. Noch kein Funnel dazu gebaut, sondern erstmal wirklich auf LinkedIn gelauncht. Am Ende ein Template für Stellenanzeigen auf LinkedIn und der direkt irgendwie einen Tag später gesagt hat, hey, ein bis zwei potenzielle Kunden sind schon bereits dabei. Was cool zu sehen war, wie schnell das auch gehen kann, wenn man diesem Prozess folgt. Oder Julian im Amazon-Agentur-Umfeld hat den auch so nebenbei einfach gedroppt und über 30 Leute sozusagen haben da kommentiert. Ich glaube, 20 qualifizierte Leute waren irgendwie dabei. Und das war erst der erste Post dazu. Das bedeutet, die Promotion geht ja erst los. Und wenn man dann noch ein Funnel dahinter baut und Ads schaltet, dann wird es richtig lustig. Oder Ruben für seine Website-Agentur, der hat da richtig Gas gegeben. Hat da, glaube ich, über 40 Leads eingesammelt mit einem einzigen LinkedIn-Post. Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Ich glaube, den Vogel abgeschossen hat Daniel, der da über 500 Leads eingesammelt hat für seine Lead-Magnets. Und wir da dran auch gemeinsam mit Daniel sozusagen diese Formeln nochmal perfektioniert haben, wie das Ganze funktioniert. Eine Sorge ist immer so, funktioniert das auch mit meiner Branche? Funktioniert das für physische Produkte? Funktioniert das als, keine Ahnung, Dienstleistungsunternehmen? Funktioniert das nur für Agenturen? Ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo eine Lead-Magnet nicht funktioniert. Ich glaube aber auch, dass das der schwierigste Part ist, auf richtig gute Ideen zu kommen. Weil du siehst, diese vier Titel, die ich dir in die Umfrage geschickt habe, da ist schon verdammt viel Gehirnschmalz reingeflossen. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute nicht auf so gute vier Titel sozusagen kommen. Und das ist auch ein großer Part von unserer Beratungsleistung in unserem BSM, also in unserem Business Scaling Mentoring, wo wir genau das gemeinsam entwickeln und dafür sorgen, dass unsere Kunden halt Lead-Magnets entwickeln, die auch wirklich vom Markt nachgefragt werden. Aber ich habe Case Studies gesehen von Agenturen, von Freelancern auf jeden Fall, von SaaS Software und IT-Unternehmen, Finanz- und Versicherungsbereich super dankbar. Selbst Immobilienmakler und Projektentwicklung, Industrie und Mittelstand, auch produzierende Unternehmen gibt es auch unglaublich gute Möglichkeiten und natürlich auch im Bereich Coaching und Beratung. Wenn du Lust hast, wirklich mal gemeinsam vielleicht auch auf erste Ideen für so ein Lead-Magnet zu kommen, um diesen Frontend-Funnel, diesen Sales-Funnel für LinkedIn und auch unabhängig von LinkedIn zu bauen, dann buch dir gerne einen Termin mit mir oder meinem Team. Link dazu findest du hier direkt unter unserem Video. Du wirst mehr Content zu diesem Sales-Funnel in den nächsten Wochen und Monaten erwarten dürfen, weil das wird der nächste große Schritt, das nächste große Kapitel auch auf LinkedIn werden, um weiterhin darüber Inbound-Leads zu bekommen und vor allem auch ein Stück weit unabhängiger von LinkedIn zu werden und auch Ads auf anderen Plattformen zum Beispiel dazu zu schalten und genau dafür brauchst du diesen Sales-Funnel. Ich würde mich freuen, einfach mal mit dir drauf zu schauen und zu gucken, ob wir vielleicht helfen können, wenn du Gründer bist und wenn du ein Team hast, dann wie gesagt, Link findest du hier unter diesem Video und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.